Hallo! Hallo! Ich habe heute einen Gast, der schon lange nicht mehr zu Gast war, ne? Stimmt. Die liebe Talisa vom YouTube-Kanal Talisa Minusch. Und wir machen heute den Pubertätstag. Wir wurden getaggt von der lieben Mira. Und wir machen die erste Hälfte bei mir und die zweite Hälfte wird dann auf deinem Kanal stattfinden, ne? Genau. Richtig. Und ich würde sagen, wir fangen mal an, ne? Ich hab die Fragen hier vor mir. Wann warst du das erste Mal verknallt? Und die erste Person, in die ich verknallt war, war Freddy von MyFaLadies. Das ist ja mein Lieblingsmusical. Und es war mal mein Traummann und ich wollte genau so einen Mann haben. Und ich war wirklich, es war mal eine große Liebe. Ja, und so richtig verliebt war ich dann... Verknallt, verknallt. Verknallt war ich in der Grundschule, ne, ne, ne. Sorry, ich muss kurz korrigieren. Im Kindergarten. Ich hatte auch einen Freund im Kindergarten, der hieß Marco. Und mit dem gibt es auch ein Bild, wo wir zu Fasching als Prinzessin und Prinz verkleidet waren. Also, so Celebrity kann ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, ich war in meiner Familie in Jemen. Und da kam gerade Titanic raus. Und ich glaube, es war Leo. Echt? Ja. Krass. Das fand ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und mein, wie alt war ich da? Fünf oder so? Wann kam der raus? 96 oder so? Und im Kindergarten hatte auch ich meinen ersten Crush. Wow. Ja. Und das war der Markus. Ich habe ein bisschen Angst. Das waren Marco und Markus. Ich habe ein bisschen Angst, dass er das guckt oder irgendjemand, der ihn kennt. Aber... Hi. Melde dich. Nein, oh Gott. Oh Gott, wie schrecklich. Zweite Frage. Auf was für eine Schule bist du gegangen? Soll ich mal sagen? Also ich war erst auf einer ganz normalen Grundschule und dann, also ich bin ja in Thüringen zur Schule gegangen und da ist man dann ab der fünften Klasse aufs Gymnasium oder Realschule oder was auch immer und ich bin auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Ja, bei mir ist es ein bisschen komplizierter. Also ich war erst in Kassel auf einer Grundschule, dann sind wir umgezogen, dann war ich in München auf einer Grundschule. Danach war ich auf einer internationalen Schule in Portugal und danach... Hast du da in Englisch? Genau. Ach, ich dachte, du hattest das auch auf Portugiesisch. Portugiesisch und Englisch, also bilingual. Krass. Und danach war ich dann auf einem evangelischen Internat in der Nähe von Göttingen, also Niedersachsen. Alright. Was haben deine Lehrer am Elternabend über dich gesagt? Also bei mir stand oft, dass ich immer sehr viel gequatscht habe meiner Sitznachbarin. Aber sonst echt, also echt positiv. Also die Lehrer haben immer auch gesagt, dass ich sehr, sehr nett bin und lieb und hilfsbereit. Ja. Wow. Aber zu viel rede auf jeden Fall und manchmal unaufmerksam bin und ich mich nicht so gut konzentriere. Also da das ja ein Pubertätstack ist, weil bei mir schwankt das halt total je nach Jahr, muss ich sagen. Aber Pubertät, also ich sag mal so 13 bis 15, 13, 14 war eigentlich so Danger Zone bei mir. Also ich glaube, die Lehrer haben gesagt, ich war immer eine gute Schülerin, aber so 13, 14 war auf jeden Fall so, hat glaube ich manchmal nicht so Bock, den Lehrern zuzuhören, sondern quatsch lieber mit Banknachbarn oder lacht sich schlapp. Wie warst du in der Schule Teenie-Zeit drauf? Ich bin dran, ne? Ja. Also ich hab das jetzt gerade schon angeschritten. Ich hatte auf jeden Fall mal eine wilde Zeit. Also ich hatte wie gesagt immer meine Fächer, an denen ich gut war. Englisch, Kunst, also eher so alles, was so kreativer und künstlerischer war. Ich war schon so rebellisch, hatte keinen Bock, auch so was meine Eltern angeht und so. Hallo Mama, hallo Papa, ich weiß, ihr guckt hier gerade zu. Aber wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann würdet ihr sagen, warum hast du es nicht gesagt? Ja, deswegen auf jeden Fall, 13, 14 war so, kritische Phase. Aber Leute, ich habe mich wieder gefangen. Ja, also... Du warst gar nicht so. Ich war gar nicht so. Ne. Also ich war in der Schule, also als Grundschülerin war ich auch immer der Klassenclown, muss ich sagen. Also ich war immer die, die sehr viel geredet hat, die immer gelacht hat die ganze Zeit, die auch andere zum Lachen angestiftet hat, immer sehr laut war, sehr aufgedreht. Und in der Pubertät war das auch noch so, aber es kam dazu, dass ich nicht besonders gerne in die Schule gegangen bin. Also ich war auch sehr gut zum Beispiel in Englisch, in Deutsch, das waren meine besten Fächer. Ich habe Mathe gehasst, Physik gehasst, Chemie gehasst, Sport habe ich übrigens auch gehasst. Es gab bei uns jedes Jahr die Bundesjugendspiele und ich habe mir jedes Jahr überlegt, was ich jetzt für eine neue Krankheit haben kann, um nicht teilzunehmen. Kann ich mal kurz eine kleine Angegstote erzählen? Ich saß auf den Bänken vom Sportfest, es sollte gleich losgehen. Ja. Und dann kam da so eine Biene oder ne, es war eine Wespe, glaube ich sogar. Und ich so, bitte stich mich! Und da hast du mich wirklich gestoppt. Ja! Geil, ich durfte nicht mitmachen. Okay. So viel Glück hatte ich nicht, musste dann meistens und es war immer im Sommer. Ich war immer sehr gegen das System. Ich fand super viel schlecht in der Schule, ich wollte einfach nur, dass es endet. Auch wenn ich gerne wegen meiner Freundin in die Schule gegangen bin. Ja, das war cool. Das war cool, aber ja, Schule und generell so das System, die Lehrer, war jetzt nicht so mein. Wann hast du dich zum ersten Mal geschminkt, Talisa? Das war tatsächlich, als ich so elf oder zwölf war, habe ich irgendwo in so einer komischen Teenie-Zeitung so einen cremengoldenen Lidschatten gehabt. Und ich habe mich gar nicht geschminkt. Das ist gar nicht so schlimm. Ich habe nur diese Lidschatten getragen, was aber irgendwie komisch aussah. Ja. Und ich sah auch zu dieser Zeit wirklich, ihr wollt keine Bilder sehen. Ich sah wirklich aus wie der größte Verlierer, den ihr euch vorstellen könnt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was jetzt so mein erstes Produkt war, leider. Ich weiß nur, als ich mich dann regelmäßig geschminkt habe. Und das war mit, glaube ich, 14. Ich kann mich noch erinnern, wir waren nämlich auf, wie sagt man, Austauschfahrt in Paris. Und da habe ich meinen Manhattan Bronzer mitgenommen. Der hatte so kleine Schimmerpartikel. Und mein Kajal von Essence oder so. Und das habe ich mir jeden Tag aufgetragen. Ich habe den Bronzer aber nicht als Bronzer aufgetragen, sondern ich habe mir so diese Pads, die man nimmt, um sich abzumattieren. Ja, die habe ich genommen und habe dem Bronzer auch das komplette Gesicht aufgetragen. Ja. Und dann habe ich Mekajal unten und oben auf die Wasserlinie gemacht, ohne was kann zu benutzen. Kommen wir zur letzten Frage meines Teils. Und zwar, was für Interessen und Hobbys hattest du? Ich war immer an der Malen- und Zeichenschule. Das war, glaube ich, so das, was ich immer irgendwie hatte. Ich habe immer gemalt und gezeichnet. Aber ansonsten, 13, 14, ich glaube, da war ich vielleicht im Verein, Seilspringverein. Na cool. Glaube ich, eventuell. Und sonst Hobbys. Ich glaube, ich habe mich jeden Tag mit Freunden betroffen. Jeden Tag bei Michelle. Hello, Michelle. Oder Caro. Und wir haben einfach nur abgehangen und Filme geguckt, Save the Last Dance, Choreografie einstudiert und aufgeführt im Musikunterricht. Geil. Highlight auch wieder. Ja. Und Black Music gehört, singen geübt. Ach, krass. Wow, wow, wow. Und natürlich abends. Dancing, shaking that booty. Yeah. Twerk. Twerk. Twerk, Mali, Mali, Twerk. Also, bei mir ist es sehr gemischt. Ich habe immer sehr viel gelesen. Wie gesagt, Shakespeare und irgendwelche Biografien über Leute, die ich interessant fand. Und mit 13, 14, das darfst du nicht vergessen, Harry Potter. Harry Potter, auch Harry Potter, war ganz groß. Ich war der Ultra-Harry Potter-Fan. Aber wie gesagt, sehr viel gelesen. AG-mäßig habe ich immer sehr viel gesungen. Also ich war in der Schulchor AG, ich war in der Band, Schulband AG. Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich von der ganzen Klasse vorgesungen, habe mich bei Star Search beworben. Ich habe auch immer sehr viel mit meinen Freunden gemacht, da ich im Internat war, war das sowieso immer nach der Schule. Man hat einfach alles zusammen gemacht. Und ich war auch noch immer in der Basketball AG, obwohl ich so ein Sportmuffel war. Ich habe richtig gerne Basketball gespielt und eine Zeit lang auch mal Hockey. Oh, ich auch. Hockey drin? Ja, so viel Hockey. Und viel Hockey. Okay. Okay. Das war's zu meinem Teil des Pubertätstext. Wir werden jetzt den zweiten Teil drehen und weiter ließe hochladen auf ihrem Kanal. Deswegen in der Infobox werdet ihr ihr Video finden. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ist mal was anderes, aber finde ich ganz witzig. Ist auch wirklich witzig. Und ich finde es vor allem toll, von anderen zu hören, dass sie in der Pubertät halt auch so locker waren. Und man nicht alleine irgendwie dachte so, fuck, ich möchte diese Zeit einfach aus meinem Leben rausstreißen, löschen. Also bitte in die Kommentare schreiben, wie wart ihr in eurer Pubertät? Am besten, ihr beantwortet die Fragen auch. Das würde mich mega interessieren. Ich auch. Total. Also ich liebe auch solche Geschichten. Und sich einfach da auszutauschen. Ja. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn ihr jetzt sagen würdet so, ähm, was geht denn mit denen ich war die coolste Person auf der ganzen Schule. Das wäre sehr traurig für uns. Ja, das wäre echt traurig. Weil dann würden wir uns richtig schlecht fühlen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.